Damen und Herren, herzlich willkommen und hallo zu einem kleinen Unboxing. Wir unboxen heute den ersten Film der dreiteiligen Kiso Monogatari-Filme und wir schauen uns heute an, was sich hier so in diesem Film befindet. Ja Leute, das ist der Film Blut und Eisen, wenn ich mich nicht ganz irre, nennt er sich und ist wie gesagt der erste Film der dreiteiligen Serie des wunderschönen Monogatari-Franchises, wenn man es so richtig ausspricht, irgendwie so oder so ähnlich. Monogatari ist ja eine Serie, die mehrere Adaptionen haben. Backe Monogatari war ja die erste und gibt es ja auch von Peppermint, published in Deutschland. Die anderen Sachen gibt es leider noch nicht, wie sie auch immer alle heißen. Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, aber das ist zumindest jetzt eben im Endeffekt die zweite Adaption. War auch letztes Jahr auf dem Akiba Pass Festival 2017, da war ich leider nicht dabei. 2018 bin ich dabei. Erstmal Fate Stay Night anschauen, freu ich mich sehr auf Heaven's Feel. Aber egal, wir schauen uns an, was so drin ist. Es ist ein sehr cooles Cover, wo wir hier, ach, wie heißt sie nochmal? Leute, ich hab mir Backe Monogatari übrigens angeschaut, die anderen Adaptionen hab ich mir leider nicht angeschaut. Ich würde mir gerne die Light Novel, auf denen die Filme, Serien oder was auch immer basieren, anschauen. Oh, Monogatari gibt es auch noch, aber die gibt es leider nicht in Deutsch. Ich meine, könnte man sie auch in Englisch lesen, aber ja, ist es halt so. Zumindest ist es ein sehr cooles Cover, ihr seht, über die Krähen, die hier nach oben fliegen, und natürlich unser kleines Mädchen mit dem toten Kopf, ein bisschen monströs, aber so ist es halt. Kizu Monogatari, hier sehen wir unsere Crew. Übrigens, Monogatari ist einfach allein schon eine coole Serie, wegen einem der besten Charaktere, die wir leider nicht sehen, und zwar Sento Ahara. Sento Ahara ist einfach so super und wir lesen mal ganz kurz, was da hinten so draufsteht. Kizu Monogatari, es war an einem Tag in den Frühjahrsferien, dem 25. März. Araragi Koyomi, ach, ich hab den kleinen Tick, wie man das andere Mädchen, was immer Araragi sagt, der die 11. Klasse in der privaten Nao zur Oberschule besucht, lernt zufällig die attraktiven Musterschülern Hanikawa Tsubasa kennen. Die kennen wir auch, das Katzenmädchen. Sie erzählt ihm von Gerüchten über einen blonden Vampir, der neuerdings sein Unwesen treiben soll. Koyomi, der den Kontakt zu anderen normalerweise scheut, findet Gefallen an den offenherzigen Mädchen. Doch seit bereits kurz darauf begegnet er dem geheimnisvollen Vampir. Der erste Einmal so gar nicht ist, wie er sich ein Vampir vorgestellt hat. Ein im Sterben liegendes Mädchen mit blonden Haaren und goldenen Augen flieht ihm nämlich um Hilfe an, nachdem ihr Gliedmassen auf brutale Weise abgedrückt. Kishot ist ihr Name und wie man das so macht, als leichtsinnenge Junge gewählt Kyoomi ihr sein Blut. Nur um kurz darauf ein Mitglied ihrer Sippe zu erwachen. Die Monogatari-Reihe genießt und aufhängt einen legendären Ruf. Düster, brutal und sexy zugleich. Wird sie einem sehr speziellen Animationsziel eine Geschichte erzählt, die definitiv nicht ins Kinderprogramm gehört. Die dreiteilige Kisho Monogatari-Ofa dient hierbei als Ursprungsgeschichte aller weiteren Monogatari-Titel und dient somit als perfekter Einstieg. Ja, deswegen hat mich das auch sehr gefreut, dass man sich das wirklich anschauen kann, ohne eben Vorwissen zu haben. Ich habe ja wie gesagt Backe Monogatari angeschaut, was ja der Nachfolger ist, wo es dann weitergeht. Das spielt vor den Ereignissen davon und erzählt eben wie Araragikun zu dem wird, was er geworden ist und einen gewissen Vampir kennenlernt. Ansonsten, es ist eine, wie schon gesagt, sehr spezielle Serie. Es wird vom Studio Chef produziert und der Animationsziel ist sehr speziell. Mit sehr vielen merkwürdigen Einblendungen, teilweise komödiantischen Szenen, die also wirklich gar nicht so zum richtigen animations die passen sehr interessantes cover außerhalb dieses düstere cover und dann das einzigartig hat es ist einfach eine sehr einzigartige serie ist übrigens sensu harasan bestes animations mädel was es gibt und eine ziemlich coole düstere serie es ist ein bisschen ein harem anime wie man es eben kennt aber es parodiert das ist ein bisschen wie wie nennt sich das so schön ist dieses franchiser zerstörer eben ist tut und das macht die serie auch ein bisschen einzigartig es ist sehr eigensinnig es ist sehr besonders aber es ist auch immer cool das anzusehen und ich denke jeder sollte sich das mal anschauen es gibt wie gesagt drei filme der zweite erscheint glaube ich schon nächsten monat blut und eisen oder wie der immer heißt und dann kommt irgendwann der dritte und sollte definitiv von ihm geschaut werden ich verabschiede mich jetzt erstmal und ja mit diesem schönen halloween mäßigen cover sie muss dann beim nächsten unboxing bis dahin auf wiedersehen ciao